So, nächstes Lied ist leiser. Hey. Hey, Lied. Ja, jetzt geht's. Genau, der Fabi ist ja auch wieder dabei, der macht sich ja schon auf seine Weise bemerkbar. Ey, Lied. Ja. Und ich glaube, was... Keine Ahnung. Ey, das glaube ich auch. Ich glaube, es sind ja nicht im Rallye-Unterricht, oder wie? Ey, wir haben im Rallye im Moment. Glaube. Was ist Glaube? Tolles Thema, oder? Ja, hätte ich aber auch gesagt. Was ist denn Glaube? Das haben wir noch nicht besprochen. Wir haben uns scheiß Einzelarbeit gemacht, was wir halt, was wir glauben. Also, ja, was für uns Glauben bedeutet. Was bedeutet denn Glaube für dich? Auch im Hinblick auf Weihnachten. Ich gehe in die Kirche in Weihnachten. An Weihnachten. In Weihnachten, ja, in Weihnachten, an Weihnachten. Ja, was für ich denn? Für mich... Gehst du in die Kirche, sagen wir so. Ich gehe auch in die Kirche. Marcia, nicht für den Konfirmations... Das ist so katholisch oder elf-angelisch? Hierzu möchte ich keine näheren Armerkarten machen. Okay, ich sage mal so, hast du Firmung oder Konfirmation? Oh, jetzt auch... Oh, ja, ja, jetzt wird es tricky. Ich bin Buddhist. Ey, ich finde sowas nicht lustig, darüber sollte man sich nicht lustig machen, aber so Dinge macht man keine Witze, okay? Buddhist? Was ist schlimm daran, Buddhist zu sein? Buddhist zu sein ist voll cool. Du hast 300 Millionen Götter und darfst du die schönsten aussuchen. Echt jetzt? Ja! Du bist Buddhist? Nein. Ach, nee. Kennst du Life of Pi? Ich glaube, du bist katholisch. Ich glaube. Das sind wieder ich glaube. Kennst du Life of Pi? Nein. Nicht? Nein. Schiffbruch mit Zieger? Nein. Ehrlich nicht. Nein. Scheiße. Ah, ich glaube... Ah, das war mal. Ich habe aber nie gesehen. Da war was, aber ich habe nie gesehen. Ob meine Angaben vielleicht richtig sind oder falsch sind, hört sich nie herausstellen. Und du, ähm, Fabian? Ja? Ich habe hier gerade so ein kleines Problem. Ähm... Ich werde es schön selbst lösen. Du darfst ruhig weiter ungestört deiner Arbeit nach... Ja! Ich sehe es schon. Aber okay, dann kommen jetzt halt die ganz dicken Maschinen. Wenn ich schaffe, ich habe es... Nein! Das schaffe nur ich. Ich glaube, ich habe vom Meister gelernt. Oh. Muss ich mich jetzt geehrt fühlen? Und der Meister hat es verlernt. Ey, du warst doch der Befreiungskünstler allerhin. Der Befreiungskünstler. Wie das schon wieder tun? Ja, was denn? Wenn du mal gesehen hast, was du in deinen Folgen gemacht hast in Skirikion. Was du dich da befreit hast. Und dann bei so einer Piwi-Aufgabe... Oder bei so einer kleinen Aufgabe... Scheitert der Meister? Das hätte ich nicht erwartet. Er... Erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Das ist einfach nur unter aller Sau. So was geht nicht. Und dafür muss man auch gar nicht weiter reden. Weil das Verhalten ist einfach nicht. Du warst immer noch nicht beim Essen. Es gibt Essen. Hallo. Du darfst das Frühstück nicht ausfallen lassen. Was denn? Es ist 8.24 Uhr. Wir leben hier auf einem Bauernhof. So gibt es jeden Tag frischer Bräler. Was ist denn in den USA? Ja. Wo ist alles ab? Okay, dann gibt es halt... Du musst mich nicht... Dann gibt es... Schön, es gibt einen schönen Hamburger. Morgens. Was gibt es denn bei den USA morgens? Frühstück. Hamburger oder was? Nee, war jemand schon mal in den USA? Was gibt es denn da zum Frühstück? Also, wirklich zum Frühstück. Also, in einer ganz normalen Familie. Also nicht in jetzt so einem Hotel. In einer ganz normalen Familie. In einer ganz normalen Familie. So was gibt es in den USA? Ja, bestimmt. Bestimmt, ich weiß es nicht. Theoretisch kann ich mal nachfragen. Warum? Hast du Verwandte in den USA? Nein. Aber von unserer Schule aus gibt es einen Austausch mit den USA. Oh Wunder. Von uns auch. Ja und ganz gut, vielleicht haben die Facebook. Nein, die haben nicht Facebook. In den USA gibt es kein Facebook. In den USA gibt es kein Facebook. Nein, in den USA gibt es kein Facebook. Facebook ist in den USA offenbar verboten oder was? Ja. Es gibt halt wirklich in irgendeinem Land ist Facebook verboten. In irgendeinem Land ist Facebook verboten. Russland. Ich weiß es nicht, dass Facebook eigentlich strafbar. Da darf ein ganzes Land das nicht haben. Keine Ahnung. Das ist wirklich strafbar, wenn du Facebook hast. Ja. In Deutschland ist es egal. Da gab es doch auch so eine Partei oder irgendeine Partei, ich weiß nicht, wie die jetzt heißen, die alles verboten, erbieten wollte. Ey, wir sind die Verbieterpartei, ihr dürft uns alle wählen, weil wir können nichts. Nitrado ist down. Ich bin auf einem Nitrado-Server, hier schreibt mir gerade einen Nitrado ist down. Cool. für sie hat niemand er nimmt eine weitere Angaben nicht haben also ich sage offiziell hiermit nicht offiziell er hat sich auf dem Fall übrigens hier noch mal danke an Martin ja und danke schön ja wie lange geht das aber eigentlich noch ich sag kann fix wie lange der Part noch geht Anfang November ging's los also wahrscheinlich bis Ende Januar was kommt nun mal ein Blatt verlängern vielleicht dass man alle immer was zahlen dass man nur morgen von die ich und zahlen von was denn nicht die von mir doch noch kein YouTube-Mindia der aber nicht mehr ja die erste Million hat es gestern aber das war wie viel Klick hat ich klick's noch schauen wir mal ob es Ende des Jahres die eine Million schafft nicht weiter in so inaktiv bleibt und das war doch ein großes Ziel ja ich weiß wir sind es jetzt eigentlich möchtest du jetzt in ein Netzwerk rein oder so was hat sich denn da schon länger gegeben Netzwerk bei dir im Moment ist überhaupt nichts ja du bist ja auch inaktiv im Moment und so ja so im Moment nicht so so wegen ein paar privaten Gründen wahrscheinlich Schule, Schulstress, bla 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 oder was weiß ich gar nix vier live Videos zwei, eins, go ähm aber das müssen wir hier noch nicht Videos tun bei Amy J oder wie ich ihn immer genannt hab Abtja Oh Gott, der Abtja. Abtja. Er ist ja die Leute, die nicht lesen können, nicht? Abtja. In der Abdu. Bei dem war ich ja im Part 100 dabei. Scheiße. Was denn? Scheiße. Ah, Mann, 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 es ist abgestürzt. Sing ein Lied. Von diesem Altraum.